Hi ihr Lieben! Heute machen wir zusammen ein Knoblauchgewürz. Das könnt ihr zum Kochen benutzen oder über euer fertiges Essen drüber herstreuen. Viel Spaß! Ihr braucht Zwiebeln, Knoblauch, schwarzen Pfeffer, Paprika rosenscharf, Basilikum, Petersilie, Thymian und gemahlene Koriandersamen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Salz nehmen, müsst ihr aber nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Ich hoffe das Video hat euch gefallen, alle Zutaten und Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer in der Infobox unter diesem Video. Tschüss!